Hier präsentieren wir die 5 besten elektrischen Dosenöffner-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Startnummer 5. Turomet Max Dosenöffner vollautomatisch. Automatisch. Verabschieden Sie sich von Ihrem vorherigen Dosenöffner, bei dem Sie entweder die Dose halten mussten, der Deckel unter den Kanister fiel oder Sie den Finger schneiden, während Sie den Deckel eliminieren. Mit dem vollautomatischen Dosenöffner von Liste Gourmet Max gehört all dies der Vergangenheit an. Es öffnet sich automatisch, mühelos sowie auf Knopfdruck. Nummer 4. Rosenstein- und Söhnebüchsenöffner. Dank der benutzerfreundlichen Bedienung und auch der hohen Öffnungsgeschwindigkeit konnte das Produkt diesen positiven Effekt bestätigen. Das Öffnen von Dosen war noch nie so kompliziert. Ohne Anstrengung, ohne Stahlspäne, ohne scharfe Seiten. Positionieren Sie einfach den Dosenöffner auf dem Kanister und beginnen Sie ihn auf Knopfdruck. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. NRS Culinaire Automatischer Elektrischer OneTouch. Diese NRS Culinaire Automatic OneTouch Electric Can Opener P05061 öffnet schnell die Dose mit einer Berührung oder Sie können mehr Zeit mit einer Berührung kochen, sodass Sie Kanister so viel wie 50% schneller öffnen. Es besteht aus einem Magneten, der den Deckel schützt, sodass es sehr einfach wegzuwerfen. Es ist fantastisch für diejenigen mit eingeschränkter Handzähligkeit und auch Greifen. Nummer 2. Turbo Med Max Dosenöffner Elektrisch Touch. Einfach auf eine runde Dose legen, den Startschalter einschalten und los geht's. Die Abdeckung wird automatisch eliminiert, ohne Ihre Hände zu verwenden. Wenn die Dose geöffnet ist, ändern Sie einfach den Touch N Go Can Opener noch einmal aus. Das Entfernen des Deckels ist dank des integrierten Magneten ebenfalls ein Kinderspiel. Der Deckel bleibt am Dosenöffner befestigt, wenn er los geworden ist. So können Sie jede Dose mit Leichtigkeit öffnen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Tifal 8535,31 elektrischer Handdosenöffner. Der Magnet hält den abgetrennten Dosendeckel. Abnehmbares Oberteil für eine sehr einfache Reinigung. Verabschieden Sie sich von scharfen Seiten, Kanten werden automatisch gerundet, wenn die Dose geöffnet wird. Beendet sofort nach dem Öffnen des Containers. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.